Und jetzt freue ich mich auf Tarzan und Jane, möchte ich sie nennen, aus dem Dschungel, ja? Sonja Zietlow und Dirk Bach! Oh, schön! Hi! Hallo! Ich hab direkt auf die Füße getreten! Komm her! Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, weil ihr mir somit die schönsten TV-Momente dieses Jahres beschert habt, ja? Sehr gerne! Ja, ne? Ich hab mich köstlich samusiert. Ähm, ich darf auch sagen... Wart man das beim ZDF zugeben oder wird das jetzt rausgeschrieben? Ach du, weißt du, wenn ich rausfliege, bin ich nächstes Jahr Kandidat im Dschungel, ja? Eine Million für euch hätte ich, da kommt sie! Oh! So sieht's aus! Halligalli-Skandal! Wischiwaschi-Vorfall! Bunga-Bunga-Affäre! Oder Rein-Raus-Dilemma! Worin ist Silvio Berlusconi verstrickt? Es gibt 60 Sekunden! Bunga-Bunga? Was ist denn das? Bitte! Wir haben schon gesagt, dass wir ansonsten das Loch mit ihm verstopfen müssen! Also eins, zwei, gibt! Jawoll! Äh? Wie ließe sich der Name eines beliebten Fernsehmoderators chemisch darstellen? Oh, oh, oh! Warte mal, Silbereisen! Ha! Ha! Die Zahl! Und um mich noch mehr aufgebaut! Was fehlt? Wenn nicht, wir sind ein gutes Team! Wiem! Der eine hält fest, der andere! Ha! Was will? Ha! 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 Nach Wiem ist ein bei Erste-Hilfe-Maßnahmen oft angewendeter Handgriff benannt! Weißt du's? 60 Sekunden! Ja, mach! Das ist richtig! Ja! Was wird in den Größen? Vier Viertel, sieben Achtel, dreiviertel, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel oder ein Sechzehntel Angebote! Für kleine Kinder, große Kinder, kleine Menschen, große Menschen! Vielleicht! Oh! Ja! Ich wollte doch sagen, ich kann nicht hingucken! Oder war's noch passiert? Oh Gott! Ah! Mit welcher Zahnkranzkombination hat man beim Fahrradfahren den schwersten Gang? Wann ist es also am schwersten? Wenn er vorne groß und hinten groß ist? Vorne groß und hinten klein, vorne klein und hinten groß! Ich weiß! Je häufiger man das liest, ne, umso schöner wird's! Vorne klein und hinten groß ist raus! Vorne klein und hinten groß, das will man auch nicht! Also generell! Warum? Jaaa! Entschuldigung, muss ich jetzt schon umarmt! Ihr seid bei der achten Frage und habt bei der achten Frage 300.000 Euro! Oh Gott! Was dauert hierzulande länger? Die Sommerzeit? Du denkst jetzt Winterzeit müsste da stehen? Nein, was ist Normalzeit? Das ist das, was du gemeinhin als Winterzeit verzeichnest! 60 Sekunden laufen zum letzten Mal, ab jetzt! Das ist die kurze, oder? Es geht um 300.000 Euro für Sonja Zitlow und Dirk Bach oder um 0 Euro! Ich spring hinterher, kenn ich nix! Verdient hätten wir es ja zu verlieren, ne? Wir waren so böse! Nein! 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 Ich hab sie wieder aufgemacht! Ja! 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 Entschuldigung! Und, man muss sagen, bei Sonja weiß ich, da strahlt sie gleich noch mehr als sonst! Ja! Das freut mich nämlich genauso, weil die Geschichte ist mir auch ganz nah von Sonja! Ja, es ist halt mein Herzensprojekt, das ist Beschützerinstinkte, wir fördern die Hund-Mensch-Beziehung und wir ermöglichen Familien mit behinderten Kindern eine Tegelstütze-Therapie mit Hund, aber genau für die gesamte Familie, dass auch die Geschwisterkinder dabei sein können und auch die Eltern, denn Hunde bauen Brücken und geben sehr viel Selbstbewusstsein an die Kinder. Und da sind wir noch für bedürftige Hundebesitzer da und Hunde in Not, aber das Hauptsächliche wird natürlich für die Tegelstütze-Therapie aufgemacht. Und dafür auch 150.000! Das ist euer Geld! Und hier sind sie nochmal! Ja! Conny Lehmann! Und Rikke Griner, Maren Fräumann, Victoria Lauterbach, Jens Lehmann und Heiner Lauterbach! Und meine Damen und Herren! Oh, wirklich Sonja! Ein paar Blümchen haben wir auch noch! Danke dir! Danke dir! Vielen Dank!